Ich habe lange nach einem Weg gesucht, wie ich den Lerntransfer bei meinen Seminarteilnehmern unterstützen kann, beziehungsweise wie kann ich meine Seminarteilnehmer nach dem Training dabei unterstützen, ihr Wissen zu verfestigen und zu vertiefen, bis ich dann von Blinkit gehört habe. Ich habe mich in den letzten Monaten ganz bewusst für Blinkit entschieden, weil ich gemerkt habe, es muss eine Option geben, es muss eine Möglichkeit für meine Kunden geben, angeschobene Verhaltensveränderungsprozesse im Alltag zu verankern, zu zementieren, zum Wohle der Mitarbeitenden, zum Wohle der Kunden und zum Wohle der Endkunden. Was mir an Blinkit so hervorragend gefällt, ist die Begeisterungsfähigkeit, die Sie haben, das Feuer, das Sie in einem entfachen, sich dieser technischen Herausforderungen zu stellen und den technischen Support, den Sie dabei bieten. Auf höchstem Niveau, in einer sehr angenehmen, freundlichen Art und Weise und einen jederzeit unterstützen, wenn es mal kleinere Schwierigkeiten gibt. Und das Wichtigste, meine Kunden sind mindestens so zufrieden wie ich. Ich habe nach dem Training durch Blinkit zusätzlichen Umsatz und die Kunden sehen das aber eher als Einsparung, weil sie ihre Mitarbeiter nicht für einen weiteren Tag von Arbeit freistellen. Und für die Mitarbeiter heißt es, ihre Übungen verteilen sich über Wochen und Monate, sie können sich ihre Zeit einteilen und erwerben wirklich die Kompetenz, die sie erwerben wollen. Ein Tool, das einfach nur begeistert. Ich empfehle es Ihnen. Probieren Sie es mal. Ideal für Trainer, Speaker und Berater. Blinkit 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 Vielen Dank.